Hallo Freunde, wir hatten bei uns in der Garage jetzt immer noch so ein Teil stehen von damals, wo ich Pilze gebaut habe oder wo ich mal Blümchen gemacht habe und sowas, da ist ein Teil übergeblieben und wir haben uns immer gedacht, was machen wir damit, was machen wir damit. Wir machen damit heute auch wieder einen Pilz, aber ein bisschen anders, den man oben bepflanzen kann. Ich hoffe, das kriegen wir so hin, wie wir uns das denken. Und das wird nachher unser Stiel vom Pilz. Wir brauchen... Und wie man so einen Stiel macht, verlinken wir unter dem Video, als ich meine Blümchen gemacht habe, haben wir gezeigt, wie wir solche Stiele machen. Oder ihr gießt eine Säule, geht vielleicht auch. Dann braucht man ein bisschen Kaninchen-Draht oder sowas in der Art. Dann braucht man eine Schüssel, wo wir das reinmachen können. Und ein bisschen entweder Vlies oder ich habe jetzt hier so eine alte... Papier ist es ja auch nicht, so eine alte Tischdecke, die ich dafür benutze. Um jetzt mit dem Draht zu arbeiten, habe ich mir so eine Lederhandschuhe angezogen, damit ich mir dann nicht die Finger irgendwie kaputt mache. Das muss man sich erstmal ein bisschen zurecht biegen, damit das hier so in der Schüssel so drin bleibt. Und dann schneiden wir uns hier oben ein bisschen kleiner. Ich habe bloß ein ganz dünner Draht, kriegt man mit einer Schere geschnitten. Ganz einfache. Einfach nur so Stück für Stück halt. So, hier habe ich dann jetzt so eine Teile, die so übereinander liegen, was mir nicht gefällt. Also schneide ich mir hier ein Stück ab, weil man da nachher Löcher durchmachen muss, um die Sukkulenten da reinzukriegen. Und es ist natürlich einfacher, durch eine Schicht durchzuschneiden oder durchzustechen, als durch mehrere Schichten. So, dann müssen wir jetzt hier das Innere ein bisschen auslegen, weil ja da Erde rein soll. Und dafür nehme ich mir hier dieses, ja Stoff ist es nicht, Papier ist es nicht, keine Ahnung, was das für ein Kram ist. Und dann schneide ich mir das ein bisschen zu. Das ist deswegen, dass die Erde nicht weg kann. Genau, dass die Erde nicht weg kann. Dann habe ich mir jetzt hier ein bisschen Blumenerde geholt. Die kommt jetzt hier richtig schön rein. So hoch, wie man das haben möchte. Man muss natürlich ein bisschen Platz lassen, weil wir unten drunter, also praktisch jetzt hier oben drauf, noch eine Betonschicht rießen wollen, damit der Draht und alles da befestigt wird mit. So, und dann haben wir jetzt die ganzen Seiten runtergedrückt, damit der Draht schön hier plan, möglichst plan aufliegt. Und da soll jetzt eine Betonschicht drüber. Das kann man jetzt mit Knetbeton machen oder mit einem relativ festen Gießbeton. So, ich rühre mir jetzt meinen Knetbeton an. Das ist jetzt hier Beton zum Kneten von Viva Dekor. Ihr könnt euch natürlich auch Beton zum Kneten selber anrühren. Aber wenn man jetzt bloß eine so eine Schicht haben möchte, kann man sowas locker immer verwenden, weil der schon fertig ist. Da sind auch schon Glasfasern und sowas mit drin. Also dafür ist der gut geeignet. So, der muss jetzt gar nicht so dolle knetfähig sein. Der muss jetzt so sein, dass ich ihn da hingestrichen kriege, wo ich ihn hinhaben will. Da fehlt noch ein bisschen mehr. Würde ich mal sagen. Ja, ich kann ja noch mal eine Schuhe machen. Ich habe dann jetzt noch mal eine kleine Schicht drüber gemacht, also eine dünne. Dann haben wir uns überlegt, wir haben gleich in die Mitte ein Loch reingepikst, haben gleich den Stiel damit verarbeitet. Dann ist der gleich fest mit verankert. Man kann das natürlich auch hinterher alles noch machen, aber wenn es fertig ist, ist es fertig. So ist es gleich mit fest. Wir haben dann jetzt unseren Pilz zwei Tage abbinden und härten lassen. Lasst es ruhig, solange wie ihr es aushalten könnt, in der Form. Nein, die härtet ja nicht aus. Ja, lasst den Beton härten, lasst ihn Zeit zum Fest werden. Nicht, dass euch das nachher abbricht. Wir machen das jetzt nach zwei Tagen endlich aus der Schüssel raus. Ich habe mir dann jetzt einfach noch ein paar Sukkulenten geholt oder Hauswurze, kann man die auch nennen. Und die pflanzen wir dann jetzt hier in diese Löcher immer so rein. Die wachsen da schön fest. Aber solange wie sie noch nicht fest sind, kann man sie eventuell auch noch mit solchen Krampen festmachen. Die wachsen aber nachher fest. Ja, die Wurfeln gehen in die Erde. Bisschen Draht tut den Pflanzen nichts, aber die halten dann erst mal. Ich habe mir dann aus dem Garten jetzt auch noch ein bisschen Moos geholt. Die haben da immer so Stellen, die vermoosen. Und damit es richtig hält, wie gesagt, mit dem Draht so festmachen. Ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Bisschen Draht reinstecken. Schadet der Pflanze nicht, die wächst dann halt nur an. Und zwischendurch immer mal ein bisschen Moos, damit man nicht alles mit diesen Teilen voll hat. Die wachsen ja auch noch und brauchen da noch ein bisschen Platz. So, und zum Schluss habe ich mir dann noch ein paar solcher Glasnuggets genommen und habe die mit Heißkleber hier einfach noch dazwischen geklebt. Damit so ein bisschen Glitzer nachher noch kommt, wenn dann die Sonne drauf ist. Ohne Glitzer geht nichts. Ne, ohne Glitzer oder Glanz geht gar nichts. Schön die Stellen zwischen den Teilen mit Moos ausfüllen. Und dann sieht es auch dann eben aus. Nach gefühlt 150.000 Stunden ist unser Pilz jetzt endlich fertig. Ne, so lange hat es gar nicht gedauert, vielleicht eine halbe Stunde oder so. War gar nicht so lange. Dadurch, dass man leere oder freie Stellen mit dem Moos noch ein bisschen verdeckt, weil die ja noch wachsen, geht das relativ schnell zu machen. Ihr braucht nur einige von diesen Krampen. Die hatte ich mir aus Draht selber gemacht, um das ein bisschen festzustecken. Wenn die angewachsen sind nachher, halten die ja von alleine. Ich finde es cool, auch mit diesen Glasnuggets dazwischen. Das wächst jetzt alles noch schön, wird noch ein bisschen größer. Ich finde es so edel. Und das aus Beton. Ihr könnt das Ganze natürlich auch aus Holz machen, wenn ihr wollt. Aber wir wollten es aus Beton machen. Ein Betonpilz ist halt cool. Also Leute, Hauswurze züchten, Betonpilze gießen, also solche Beine gießen. Und dann diese Teile fertig machen. Und dann könnt ihr, wenn die Hauswurze da sind, schön bepflanzen, tausend von diesen Pilzen machen. Das sieht so cool aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.